Der Eichelheer Autor seltsam kennt sie Der Eichelheer, der Rullus glandarius, kurzheer, regional auch gutheer, Nussgackl, im süddeutschen Raum, oder Magrolwes genannt, gehört zur Familie der Rabenvögel, Corvide. Seine Körperlänge beträgt 32 bis 35 cm, seine Flügelspannweite etwa 53 cm und sein Gewicht etwa 170 g. Sein Gefieder ist rötlich-grau, die Flügeldecken sind hellblau und schwarz gebändert. Bürzel- und Unterschwanzdecken sind weiß und im Flug besonders gut sichtbar. Sein Alarmruf besteht aus einem unüberhörbaren, rauen, kreischenden Rätschen. Sein üblicher Ruf ist undprim. Gä, undprim. Gä, hin und wieder kann man auch ein Bussardartiges undprim. Pü, vernehmen. Ansonsten ist sein Gesang leise schwätzend. Der Eichelhäer ist in der Lage, Stimmen anderer Vögel oder Geräusche nachzuahmen. Er warnt mit seinem Alarmruf vor Feinden, auch vor Menschen. Der Eichelhäer ist alles Frisser. Seine tierische Kost besteht aus Wirbellosen und Dierenlarven, vor allem im Frühjahr auch aus Vogeleiern und Nestlingen. Die pflanzliche Nahrung besteht unter anderem aus Eicheln, Bureckern, Nüssen, Erbsen, Kartoffeln, Äpfeln, Beeren und Getreide. In Zirbenwäldern sieht man den Eichelhäer besonders oft, da die Frucht der Zirbenzapfen zu seinen Lieblingsspeisen zählt. Im Herbst sammelt er Eicheln, Bureckern, Nüsse und Esskastanien und legt Depots unter Baumrinde, in Baumstümpfen oder im Boden an. Durch seine Vorratshaltung ist er über das ganze Jahr in der Lage Eicheln zu fressen. Die tierische Nahrung dient hauptsächlich zur Aufzucht des Nachwuchses. Durch seine Vorratshaltung und die unvollständige Nutzung dieser Depots sorgt der Eichelhäer für die Ausbreitung zahlreicher Baumarten, in Mitteleuropa betrifft das vor allem Stiel und Traubeneiche, aber auch Buchen und Hasel. Solche durch Eichelhäer begründete Baumbestände werden in der Forstwirtschaft als Heersaaten bezeichnet. Den Eichelhäer findet man in Europa, in Nordwestafrika und in Asien bis nach Japan. Biograppisch wird dieser Lebensraum der paläarktischen Region zugeordnet. Der Eichelhäer bewohnt Wälder, vorwiegend Laub- und Mischwälder, aber auch Nadelwälder. Daneben kommt er in waldnahen Gärten und baumreichen Parks vor. Sein Revier ist etwa 25 Hektar groß. Anfang April baut der Eichelhäer im Geäst der Waldbäume sein flaches Nest, nicht sehr hoch über dem Boden, meistens nur in einer Höhe von 2 bis 10 Metern. Es besteht aus Zweigen und Halmen. Innen baut er es meistens mit feinen Wurzeln, Moos und ähnlichem Material aus. Das Weibchen legt 5 bis 7 graugrüne, bräunliche gefleckte Eier. Die Brutzeit liegt zwischen Ende April und Juni und dauert 16 bis 17 Tage. Männchen und Weibchen lösen einander beim Brüten ab. Die Nestlingszeit beträgt 19 bis 20 Tage. Der Eichelhäer brütet nur einmal im Jahr. ros singen wifeija nicht im Jahr. Der Eichelhäer brütet nur einmal im Jahr. Er ist nochταiche. Bis dann aus dem Jahr da. Dere im Jahr 13 sugar in zehn min 327 bis 18 Grad. Und wie man dann dreht mich immer beim Brüten. Untertitelung des ZDF, 2020